Und damit herzlich willkommen zu Let's Adventure Your Minecraft mit mir, Zombie und German Let's Play. Ich liebe German Let's Play. Entschuldigung, das kam irgendwie nicht hin. Äh! Ist das Tal? Ich weiß es nicht. Ähm. Ähm. Ojo, geil, ähm, so le sick. Äh, äh, er schreit, äh, ähm. Äh. Äh. Äh, ne, äh. Ja, egal. Äh, das ist egal, was wir schreiben. Ja. Ähm, falls ihr euch fragt. Ich hab jetzt wieder die geilen Specials drin, die ich total feier. Ich hab noch kein Textaffekt runtergebracht, scheiße. Ich auch nicht. Ähm, Jörg haben wir schon wieder verloren. Und, äh, Jörg ist es irgendwo in der Mitte. Und, äh, die hat immer noch keine Zeit, wenn ich Facharbeiter so. Es ist immer noch der selbe Tag, wie wir den letzten Part aufgenommen haben. Aber es ist jetzt später. Genau. Und ich weiß nicht, wie viel Speicher ich hab. Und das Schwein wird in unser Haus. Wir müssen dringend ne Schweinefarm anfangen. Oder Hauptfarm. Ja, allgemein sollten wir jetzt erstmal ein paar Rohstoffen, also ein paar Waffen, äh, also Eisen und alles mögliche sollten wir erstmal holen. Ja, äh, wir fangen gerade erst mit Eisen an. Jörg macht gleich einen Diamanten. Der wird gleich Diamantengroßhändler. Alter, der Server hängt grad so extrem, ne? Oh, ich hab Jörg gefunden. Ich kann wieder jeden Block zweimal abbauen. Ich würd sagen, wir bauen in den großen Berg die Mine rein, oder? Ja, Jörg baut doch dann. Und dann läuft die ganze Zeit da rum und bohrt Holz ab und vergisst es auf dem Boden. Oh. Ähm, Jörg, ich würd die Mine irgendwie besser platzieren, aber es ist deine Entscheidung. Ist doch nur Kirschis Problem danach. Die Bonny ist erstmal ein bisschen frei, dann können wir die noch mit Holz und Makina mit für die auch wiederfinden. Ist das ne gute Idee? Ja, das ist ne gute Idee, Bonny. Danke, dass du mir hilfst. Wir geben unsere Pläne noch nicht, äh, raus, oder? Ja, wir haben keine Pläne. Doch, haben wir. Ja. Es gibt keine Pläne, es gab die Pläne, es wird nie Pläne geben. Keine Kütze drauf und fertig. Ja, ich mach die kleine Hütte jetzt, okay? Kein Stress. Sorry, dass ich lebe. Nicht zu entschuldigen. Machst du den Steinachst? Ja. Oder, äh, kannst du wieder rumbringen? Kommst du her? Kommst du zur Mine? Ich bin gerade am abbauen. Ich bin gerade am abbauen. Ohne Steinachs wohl nicht. Wollen wir, also wollen wir dann hier unten noch irgendwie so ein Stockwerk machen, wo wir dann alles so Steinlagern, Jörg? Bist du zufrieden mit der Idee, dass wir jetzt hier zum Beispiel so eine Ebene machen, wo wir dann irgendwie so einen Zwischenraum machen, so als Zwischenlager, wo wir auch Rohstoffe brennen können? Ja, das ist ne gute Idee, Freddy. Wenn du das mir hilfst. Ich baue hier jeden verrückten Block zweimal ab, Alter. Ich kotze. Also, mir läuft gerade. Ich baue gerade Erde ab und ich baue... Ja, jetzt geht's auch gerade wieder. Aber ich habe eben locker jeden zweiten Block zweimal abgebaut. Ja, da, jetzt, jetzt fängt's schon wieder an. Und es sind nur wir auf dem Server und du hast den schlechtesten Pink von uns. Bei mir, ähm, habe ich einen vollen und ihr beide habt einen fast vollen. Und du hast bei mir einen fast leeren und Jörg habt bei mir einen fast vollen. Und, äh, eine gewisse Person, äh, begreift nicht, dass das, äh, sorry, dass ich lebe, äh, spaßeshalber gemeint ist. Ich habe Eisen gefunden. Nice. Ernsthaft, wir wollen dich ja jetzt kritisieren, aber... Ähm... Wir lassen's lieber. Okay, mach weiter, wie du denkst. Lass dich nicht von mir stören. Ich, 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 ich putz hier nur. Er ist die Putzfrau. Ich meine, man sieht das doch in meinen Videos oder bilde ich mir das ein? Ich habe doch keinen Apfelsack getrunken. Können wir kurz schlafen gehen? Es ist Nacht geworden. Ja, können wir. Jörg, bist du auch dabei? Ja, bin ich. Freddy spricht jetzt für Jörg. Ich vertone ihn einfach. Welchen Wirkensitzling haben? Ich kann doch mal die Hühner kurz füttern. Äh, unsere Hühner... Aua, ein Skelett, ich geh rein. Hoffentlich kommt kein Krieger. Du kannst nicht schlafen, wenn ein Skelett da ist. Doch, das ist weit genug weg. Jetzt ist es weit genug weg. Und mir legst du dich rum. Und wir liegen an dem Bädchen. Vor allen Dingen, er sagt deinen Namen. Also er schreibt dich mit Fisch, er schreibt nur Le... Le... Ernsthaft, das seid ihr noch nie. Ich kenne Leute, die nennen mich Fischi. Ich kenne Leute, die nennen mich Le Fisch. Aber niemanden, der mich einfach nur Le nennt. Und es gibt auch Leute, die nennen mich Doktor Fisch. Professor Fisch. Doktor Gärtner. Ähm... Super Gärtner. Gärtner Level 10. Gärtner Level Over 100. Weiß ich nicht, was du so meinst. Ich hab kein Timer gestartet. Hast du einen gestartet? Das ist ein Timer. 15 Minuten ab jetzt, oder was? Oder ein Stift. Nein, so hat mich noch niemand genannt. Ach, Stift nennt sich auch jeder. Horst hat mich schon mal jemand genannt. Und ein Stift? Nein, Stift wurde ich noch nicht genannt. Äh... Reiste, wir haben unsere ganzen Sachen im Lagerhaus. Äh... Stift Freddy, da war was. Okay, Timer steht. Ähm... Ne, was boi ich dir? Holz brauche ich. Sticks. Ich brauche auch Sticks. Was baust du? Zaun? Ne, ich baue gerade ähm... Spritzhacken. Okay, ich baue Zaun. Ich brauche drei Spritzhacken. Spritzhacken brauchst du. Du brauchst Spritzhacken. Noch zwei Äxte dazu. Wofür brauchst du Zaun? Ähm... Für... 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 Farm. Für was für ne Farm? Für ne gute Farm. Was für ne Farm willst du denn bauen? Ne, ne Schweinefarm. Also ich will Schweinegehege bauen, sozusagen. Willst du direkt jetzt hier bauen? Ja. Ich hab eher gedacht, dass wir äh... Jetzt hier so ähm... Ich mein, wohin will... Wohin will... genau will sie bauen. Weil... Ich wollte jetzt neben unser Gewächs später... Wollte ich noch andere Pflanzen packen. Und dann wollte ich eigentlich hier hinten in Richtung Berg die ähm... Tiere weiter anpflanzen. Weil wir haben ja schon kleines Gehege. Ja, mir ist das egal. Ich hab halt nur erstmal da hinten auch gegraben, weil da gar Platz war. Und da wollte ich jetzt Zaun hinsetzen. Ob da dann Tiere hinkommen oder was auch immer. Ist mir egal. Ja, okay. Machen wir das so? Wir haben ja eh keine effektiven Farmen, sondern einfach nur so ein bisschen Spielerei. Eigentlich Deko. Ja, das sind einfach nur Anbauten. Solange wir noch keine 1.000 Nahrung brauchen, sofern wir noch keine 1.000.000 Einwohner haben, reicht sowas erstmal. Wir haben 1.000.000 Einwohner. Ja, toll. Ich hab mich festgebackt fast. Was? So zählt sich für 1.000.000 Einwohner. Ja, wie viel denn sonst? Für 2.000.000? Ich mein, komm, übertreiben musst du nicht. Ich bin Berndmann. Ja, wisst du. Seid ihr in der Mine? Hm? Seid ihr in der Mine? Jo. Also ich fahr hier grad aus. Okay. War ein bisschen steuer. Wir brauchen übrigens eine U-Boot-Flotte. Ich denk mal so 3 Stück werden reichen, dann brauchen wir nur eine Schiffsflotte. 2 Zerstörer, 3 Flaggschiffe. Weiß man, hier ist Wasser! Oh mein Gott! Bist du tot? Nein, ich hab nur Wasser gefunden. Wir sind reich! Wasser! Ja, das ist schon immer ziemlich lustig, wie Jörg einen anguckt. So mit dem Creeper-Gesicht? Ja. Ich brauch unbedingt nen Skin. So Nazi-Skin? Ich will halt nen eigenen Skin haben und nicht irgendwas so wie du. Ich mein, du bist Batman, ja okay, aber... Jetzt mal so eisen in der Wand. Kannst du Skins Design Freddy? Ja, das klingt das Ding. Ich mein, du bist Designer. Ich nicht. Ich bin Dr. Professor Designer. Was habt ihr... Ich bin Dr. Professor Designer. Was habt ihr... Bäh... Ich komm euch mal besuchen. Oh, schick! Ich hab nicht mehr Holz mit, ums Fertigzustellen. Ich hatte kein Holz mit, ums weiterzubauen. Was? Ich hab kein Holz mit, ums Fertigzustellen, leider. Wow... Jörg steht da ganz unten irgendwo. Ja, ich muss jeden noch wieder zweimal... Ne, es war nur kurz... Ich weiß nicht, von welchem Schlag auf dem Kopf du redest, Jörg. Das ist ein extrem rotes Projekt. Noch nur wegen uns. Oh, Eisen. Ich grab mich einfach random in die Wand und findum Eisen. Ja, du hast dich in die Kohle reingegraben. Ja. Ich hör Lava. Wasser. Ich hör auch Lava. Jörg, pass auf. Da kommt ein bisschen Wasser runter. Pam, Southern... Ich hab Wasser da gefunden. Ja, wir sind reich, das können wir jetzt an... Pass auf, da kommt noch ein bisschen Wasser! Hörger, Iranian. Was geht denn hier scheiß Wasser da? Es kommt noch ein bisschen, pass auf. Ich versuche gerade das Wasser abzubauen. Wie machen wir das dann eigentlich mit dem TTT-Server? Welchen? Den wir machen wollen. Zum tausendsten Mal drüber sprechen. Ja, wir müssen erstmal das Projekt hier fertig stellen. Ja, niemals. Wir sind wahrscheinlich eh morgen raus. Wahrscheinlich. Alter, diese Lags. Ja, die sind gar nicht so schlimm. Die machen das Spiel nicht unspiel... Was? Nein, hab ich... Was? Ich weiß nicht. Hast du noch da kein Wasser? Ja, da kommt so ein bisschen Wasser. Hast du eine Höhle gefunden oder sieht das nur so aus? Das liegt nur so aus. Ich habe mich nur in der Kohle nachgegraben und mein Herz tut mir gerade extrem weh auf den Ohren. Ich ernähre mich jetzt von Melonen. Ich bin auch schon wieder im Vorgang und hab nichts mit... Oh, er kotzt mich mit Melonen voll. Geil, jo. So gut. Ah, das ist Melonen. Jo, das lässig. Jo, so geil. Wieso geht der Block kaputt? Welcher Block? Der Block hier! Der wurde gerade immer weiter zerstört, als du daneben standst. Jetzt der da! Ich hab Angst. Ich geh raus. Ja, gut, dass du selber lag freiläuft. Ach ja. Lag noch selber wäre auch was Schlimmes. Wir sind morgen raus, ey. Wir sind morgen raus. Wir sind jetzt. Wenn das so glatt ist, wenn wir spätestens weg sind. Wirst du bitte aufhören? Pfff. Aua, er schlägt mich. Ich stehe die ganze Zeit hinter ihm. Ich hab aber unbedingt ein Mikrofon. Ja, aber unbedingt ein Mikrofon. Ich mein, ich hab schon für 10€ kauft ihr bitte eins. Ja, wir sollen niemals kaufen. Hast du den Timer jetzt eigentlich gestellt von 15 Minuten oder nicht? Ja, hab ich. Sag mal Jörg, hast du nicht ein Headset? Bei deinem Handy bei gewesen? Shit! Ey, du hast das auch ein S2. Ja? Ich verstehe das nicht, warum bei seinem Headset kein Kabel bei war. Genau. Tja. Ich seh dich da hinten auf dem Berg stehen. Bei mir sieht man alles nur so in Konturen, was ich total cool finde. Okay. Ähm, wir wollen genau so ein total tolles Dach wie die haben, oder? Nö. Okay. Ich mach Besseres. Ja, ich geh mal Leben farmen. Ich mein, wir brauchen überhaupt kein Leben und so, aber... Ich will ein Leben. Oh, wie vertrieben ist. Okay, okay, ich geh farmen. Ich hasse dieses ganze Wildgras hier, das macht mich sauer. Mach's weg. Ich schlag immer das komplette Wildgras von der Wiese weg, wenn ich Eis weg haben will. Ja, ich hab mich aus dem Haus gebackt. Geil. Kannst du mir ne Craftingbox bringen? Ja, warte. Ne Ofen auch noch? Ne, ich wollte eigentlich nur... Du kriegst aber ne Ofen. Kannst du einfach zwei Türen bringen, das geht auch. Ich hab eine. Oh, jetzt fick dich doch. Ich bring jetzt ne Ofen in die Mine. Kannst du mir noch drei Holzbräer? Ja, ich brauche ein bisschen mehr ab. Ich wollt grad sagen, ich töte dich. Ich nehm doch jetzt nicht alle Baumaterialien mit. Kannst du mir genug Baumarkrippe für ein ganzes Haus mitbringen? Das könnte ich tatsächlich. Am besten für die ganze Stadt? Das wird schwer. Ich will nämlich schön viele Akzente in der Stadt haben. Ach, Cent dein. Ach, sind da. Ich hab ein Nachtshemd. Haben wir echt genug Kohle? Oh ja, geil. Ja, wir haben genug Kohle. Ich hab ein bisschen was auf Tasche. In jedem Ofen ist ein bisschen was. Ein bisschen mehr. Oh, ich hab Essen auf Taschen. Geil. Ich glaub, ich behalte sie jetzt mal auf Tasche. Ich werde übrigens 90% der Zeit einfach nur damit verbringen, irgendwelche Kisten einzulagern. Weil, ach, ich hasse Kisten über alles. Aber sie sind total nötig. Nur Ordnung in den Kisten. Äh, wo war nochmal... Da. Ach, scheiße, hab ich das alles wieder rausgeworfen. Okay, ich hab Todesviel Dirt dabei. Erstmal Dreck wegpacken. Erstmal Dreck wegstecken. Nimm mal für die Crafting-Kiste mit. Die Idee. Wer ist da gerade reingekommen? Ach, das Schaf, okay. Ich geh mal auf dem Server. Ist das entweder Herobrine oder... Äh, ein Schaf. Das Schaf verarscht mich jedes Mal wieder. Denkst du, jedes Mal da kommt ein Gegner? Nein, ich denke, jedes Mal irgendwer von euch kommt. Wen hast du gerade als Gegner bezeichnet? Äh, Himmel. Okay, ja, das versteh ich. Himmel ja schon zwirn, jetzt sind auch die Seiten gerissen. Das versteh ich jetzt nicht. Äh, letztes Lied von, äh, Stromausfall. Ah, Stromausfall hab ich noch nicht ganz gehört. Beste Album der Welt. Ist so. Nur wegen dem Intro. Ahoi. Äh, wie spät wird's? Weil, dass du dich änderst? Alter, wer hat hier so viel Zückerraten gebaut? Das war nicht ich. Wirklich nicht? Ja, ich hab, äh, ich hab's noch mal, ich hab's noch mal um die, äh, 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 um, also ich hab alles, also, einen abgeschlagen von jedem und da hab ich noch mal eigenes, also, da zugesetzt. Zucker kann man nie genug haben. Hallo, bleibt doch mal stehen, scheiß Boot, das Boot bleibt nicht stehen. Ich hab ein Boot gebaut? Ja, und ich kann nicht aussteigen. Du musst rechtsklicken oder E drücken. Ich hab grad dreimal rechtsklick gedrückt, bis es endlich funktioniert wird. Mit welchem Werkzeug kann man am schnellsten Dings ab, okay, mit dem Schwert? Ja, das hab ich gestern auch schon gefragt. Ja, siehst du, Bücher und Verzauberung, das ist super. Wozu braucht man... Paffee, Zuckerrohr, ja gut, Bücher. Ah, dann braucht man auch Leder und das ist totesnervig. Wo braucht man Leder? Fürs Buch. Die Bücher macht man doch nur drei Seiten. Nein, man muss inzwischen... Insbesondere Zauberbücher. Nein, man muss inzwischen, äh, für ein Buch ein Leder und zwei Papier oder ein Papier nur noch haben? Ich weiß es nicht mehr. Nee, wusste ich nicht. Wem gibst du jetzt grade recht, mir oder Freddy? Ich glaub die ja, weil ich hab nur Scheiße gelabert. Hm, okay. Ja, es war früher so, dass man nur drei Papier brauchte. Ich komm nicht in das... Alter, der Server ist so gut! Leck zum Glück nicht. Okay, mein Boot ist an einem... Ich hasse Boote. Äh, mein Boot ist an einer Seerose kaputtgegangen. Erstmal die ganzen Samen, die wir haben, in Hühner stecken. Das hört sich so falsch an. Alter, das ist die richtige Orgie! Das hört sich so falsch an. Erstmal die ganzen Samen, die wir haben, in Hühner stecken. Jörg, kannst du pennen? Nein, 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 nicht raus! Oh mein Gott, ey! Wir sollten übrigens immer ein Bett dabei haben. Ähm, ich hab wieder ein bisschen gesammelt. Ich muss was essen. Ich könnte Kinder erschießen. Was blind? Ich bin geistig behindert vor Liebe. Jörg? Kommst du mit das Bett? Wir wollen Orgie feiern. Wir sind noch keine sechs. Fünf, Entschuldigung. Nein, sechs. Orgie ist sechs. Hab ich mal gehört. Du zählst für eine Million. Du zählst für eine Million. Du zählst für eine Million. Okay, das ist ne heftige Orgie. Jörg! Ah, hier kommt doch. Ich fette jetzt, stellt er über mich und wichst mir ins Gesicht. Nein, tut er nicht, wow! Jörg! Kannst du ins Bett gehen? Danke! Ich glaube, er hat grad noch irgendwie ihn geknallt. Ja, ich hab grad irgendwie so gehört, dass er ins Bett gestorben ist. Ja, so bam, 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 bam! Klatsch, klatsch, klatsch! Oh, ich hab trotzdem einen Creeper in meiner Fresse. Oh, er ist ganz schön explodiert. Du hast übrigens in den Zaun zu viel gesetzt. Ich weiß. Wir haben zwei Schafe in unserem Gehege. Ja, jetzt hast du die reingegangen? Ja. Wie nice. Freiwillig. Ich hab sie nicht dazu gezwungen. Das glaub ich dir sogar. Das Boot verwirrt mich ein bisschen, weil das total schnell kaputt geht. Kannst du ein Zauntor bauen? Grad nicht. Was bist du für ein Mensch? Alter! Ich komm nicht aus dem Boot raus. Was machst du denn mit dem verdammten Boot? Was bist du für ein Mensch? Hallo, ich komm nicht aus dem Boot raus. Unser Timer. Ich hoffe, euch hat der Putt gefallen. Jörg sagt mal tschüss. Man sieht sich beim nächsten Mal, Leute. Genau. Fast vergessen die Aufnahmen auszumachen. Tschau! Tschau!